The Union vereint alles erdenklich Schlechte der gemeinen Netflix-Eigenproduktionen. Ein sichtlich gelangweilter Edelcast kämpft sich durch routiniert belanglose Actionszenen und Dialoge, die frisch aus der AI-App zu kommen scheinen, und muss versuchen, eine Story zu tragen, die weder Suspens noch Logik hat und Plottwists aus der Kinderstube des Action-Thrillers als ganz große Nummern verkaufen will. Anfangs hatte ich noch ein wenig Hoffnung, dass die bescheuerte, aber irgendwie auch coole Idee einer Arbeiterklasse-Spezialeinheit narrativ irgendwo hinführen könnte, aber am Ende bleibt es halt dasselbe uninspiriert müde Piff-Paff wie immer, nur dass einige der Schießenden mitunter Baustellenhelme tragen. Wäre ich Fan von Halle Berry und oder Mark Wahlberg, wäre ich beleidigt, so bin ich nur latent innerviert über gut anderthalb Stunden Anti-Unterhaltung, die mir niemand je wieder zurückgeben wird. Zabar thürich Zabar Zabar